Hey Leute, willkommen zu einem Video und zwar wieder zu Deutschrapzones im 3 Sekunden Erraten und ja, mit dabei wieder Marco und Nikas. Hallo, ich bin ja gleich. Oh Gott, ja sowas von verkacken. Aber Leute, das ist echt voll schwer damit zu raten, ihr könnt das dann selbst auch mal versuchen, sorry, falls irgendwas anderes sagen. Okay. 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 Kapital war und... Scheiße. Scheiße. Ja? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott, ich hatte das im Kopf, aber ich dachte, das wäre noch zu... dass das Lied schon zu alt ist, dass sie das nicht nehmen. Ich hatte sie gar nicht im Kopf. Oh Mann. Ich hab die ganze Zeit hier am One Night Stand und Berlin lebt und so. Ich dachte aber nicht daran, scheiße. Scheiße. Oh Mann. 500 PS. 500 PS. Oh Mann. Hey, ist das auch von... Ist das von Bones? Bones, ja. Ja. Oh Mann. Toll. Ja, okay. Toll. Also, du zwei Punkte und ich einen Punkt dann. Ja, zwei ey. Das ist auch gleichzeitig. Aber ich hab 500 PS, weil ich bin ein bisschen verzögert, oder? Nee, alles gut. Mach euch beide zwei fast schon. Was denn noch? Oh Gott. Blackout. Ich lese chief, keep in mein... What? Oh Mann. Ist das... Oh. Ist das nicht die Monika Bellucci, oder wie er es da heißt, ne? Nee. Blackout. Blackout, ja. Scheiße. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ich lasse die bitches tanzen a la figa. Ja. Zwei Punkte. Nicht hier am Hören. Oh. Es ist Blackout. Scheiße. Krieg dein Blackout. 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 Mit 25 China will er wohnen. Post Melon nichts mehr. Ich frag mich gar nichts. Der Post Melon. Safe, oder? Wenn er das so sagt. Ich hör die alle nicht. Das klingt komisch. Ja, keine Ahnung. Ich hab's jetzt nur da verliebt. Nee. Nee, okay. Ja, der hat's halt gesagt, keine Ahnung. Ich kenn das, ich sag absolut nicht, ne? Von da, dann hör ich nie was. Man hätte Glück haben können. Anscheinend nicht. RIP. Bella, ciao. Im Ernst? Ja, kann aber wirklich so sein. Ich kenn das halt nicht, aber die Plaza, die es da ist doch relativ. Ja. Aber okay, auch die Leute wär ich nie gekommen. Die hör ich halt gar nicht. Doch, San Diego, doch. Ich weiß nicht, glaub ich kenn, aber ich hab ein Lied von dem. Ufo. Hm. Heimweh. Gibt's einen, ich hab nicht mehr bei ihm reingehört. Ich weiß es nicht, aber der hat Heimweh gesagt. Oh Gott. Nee, das hab ich nicht mehr. Das war gleichzeitig, ne? Oh. Für mich ist das ja nochmal mehr peinlich. Weißt du? Die Leute denken sich auch so, was das für ein Spaß, ey. Weißel. Ach, wie heißt das? Kein Plan. Weißel. Heißt das Lied Bambam? Oder so? Wunderbar. Was ist denn Tino Bro? Pizza für Schwanz. Ja. 2 Punkte. Scheiße, du holst auf. Ja. Wenn du so weiter machst, nicht. Keine Ahnung. Ich auch keine Ahnung. Nein. Okay. Ich hör eh noch nichts. Ich glaub, die ist Mercedes, weil Gott kommt immer... Ah, ich hab ernsthaft keine Ahnung. Nein, ich auch nicht. Was? Jetzt kommen ja die Lieder, wo man gar nichts sagen. Nee, das kenn ich nicht. Oh, so. Ähm. Ich hab so lange nicht mehr Pause gehört. Aber das ist nicht Vagabon oder so? Nee, warte. Das ist das einzige Lied, was ich noch so von dem wüsste. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich kenn nur diesen Refrain davon, den ich liebe. Anne, Anne. Anne, Anne. Oh. Ach so, das Lied. Ich hab keine Ahnung, wie das alle oder so. Gib euch. Soll ich anmachen? Mal. Mal, 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 mal. Mal. Oh. Ich dachte, du hast einen Punkt. Was ist dir süß? Kein Plan. Jetzt kommen wir ja die Lieder, die Sarah nur kennen mit den Beleidigungen. Nein, ich weiß nicht, ob das alles ist. Ich glaube nicht, dass es ist. Soll ich auch machen, wie du darüber geraten? Ich weiß nicht. Da kann es jetzt bei uns. Wow, irgendwie, die gehören ja alle dazu. Oh Mann! Ich weiß nicht, kann man das als Punkt zählen? Nein, aber nicht. Nein, machen wir nicht. Nein, ich muss aufhören. Ach, also, dass das ist. Das sagt mir gar nichts. Was war da drauf? Hast du eine Ahnung? Ich weiß nicht. Was ist das mit mir? Ich weiß nicht. Üb, üb. Das war die letzte Ahnung. Ja, ich muss gar nicht sagen. Aber ich kenne jeder von denen nicht. Ich auch nicht. Fein. Ich weiß nicht. Das war die letzte Ahnung. Okay, ich hatte das erst. Oh Gott. So langsam kriege ich das mit den Stimmen hin. Ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Ne, ich schaff ja nicht. Oh, das ist sogar das nicht. Oh, das habe ich ja. Oh, fuck. Ich stimme, sag mir was. Aber ich glaube, ich kann das nicht zuordnen. Keine Ahnung. Hm. Ich glaube, ich kann da nicht so viel zuordnen. Ich, ich, er hat sowieso kein deutsch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, okay. Richter? Ich kenne das schon wieder. Ich weiß nicht, dass ich... Nee. Nee. Ja, nee. Nee. Ich weiß es aber nicht. Ach man, wenn ich das jetzt wieder lese, dann meld mich gleich auf. Merk. Geht das klar? Das stand ja noch nicht. Ja, das gehört mir auch nicht. Hab ich eh verloren, ne? Ja, also das musst du nicht mal anwenden. Wenn... Nee. Gleich, wenn du jetzt alles schaffst. Ja, lass mich mal mehr her, ne? Oh, hier. Mit hier, Vanessa Mai. Oh, lexisch, nur wir zwei. Genau. Aber... Ich bin komplett verarscht. Ich kenne das. Ich weiß nicht, was das Lied ist, nur weil du das meintest mit Vanessa Mai. Oh, das Schritt ist, dass das... Oh, wir zwei irgendwann eins. Als ob das Lied so scheiße heißt. Wir zwei Mal. Sobald irgendeine Schlage... Oh, ich hab zwei Punkte. Oh, ich hab zwei Punkte. Oh, Pony und Clyde. Aber ich weiß nicht, wie der Interpret... Ich hab keine Ahnung, wie die heißt. Und wie der Typ heißt. Weiß ich gar nicht. Aber das ist von der Frau... Ah, das liegt mal auf der Zunge. Was, nicht Loredana oder so? Ja, irgendwie sowas. Zählt das? Ja. A2. Oh. Ich hab jetzt schon beendet, ne? Fushido Mephisto. Scheiße, was ich mir Kollegen sagen. Ich geh mir eigentlich gleich weg. Aber wir beide jetzt einen Punkt. Aha. Ich hab jetzt zwei, dann. Wer das Mephisto ist? Fast alles. Ja. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt krieg ich das Gewacken. Ah, Huba, Buba. Es war so klar, dass du das kennst. Die sind richtig hart auf die Fresse-Dinger, ne? Mal wieder. Mal kennen. Ach, ich weiß nicht mehr. Gringo. Oder so. Die mit nem Aufwertagen klitschkomäßig alles blühe. Ach, stimmt. Ah, Kapital Bar. Ja, okay. Hätte man sich denken können. Hätte man drauf kommen können. Eigentlich nicht. Nee. Ich wusste bloß, er wäre Gringo oder der Typ auf den Namen nicht gekommen, wegen der Stürme, weil die so außergewöhnlich ist. Hm. Mh. Das ist richtig schlecht. Was ist das? Ah, das war das. Ja, das war das. Ja, das war das, das hat 13 Punkte gewonnen. Was? Oha. Heute noch ne Rippa. Danach schob Niklas mit 6 und ich kann mit unglaublich 3 Punkte. Teil 3 Folge mit einem Win. Ja, auf jeden Fall, Leute, war's das mit dem Video? Hat Spaß gemacht. Nein. Nein. Schaut auf jeden Fall bei Niklas vorbei. Und ja. Wenn ich es dir gefällt, lasst noch ein Positiver. Wir werden, glaube ich, bis nächstes Mal. Ciao.